Wir suchen gemeinsam mit der Bayerischen das nächste Championship-Winning-Jersey-Design. Mit genug Kreativität und etwas Glück tragen wir dein Trikot-Design in der kommenden Saison. Mitmachen ist super einfach. Besucht diese Seite und entwerft euer BIG-Trikot. Sobald ihr mit eurem Design zufrieden seid, nahet ihr es auf der Website hoch. Die Jury, bestehend aus uns, dem Team, BIG und der Bayerischen, entscheidet dann über die fünf Finalisten. Aus diesen fünf Designs bestimmt dann ihr, die Community, welches Trikot gewinnt. Die Finalteilnehmer gehen dabei natürlich nicht leer aus. Go Big! Go Big!